Oh 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 und dann die Hände zum Himmel Wir kommen zusammen. Ja, richtig. So, pass auf. Bevor ich anfange mit, merke ich noch besser aus. Wo sind hier die Männer? Auf fünf Stück. Wo sind die Frauen? Nein, dann, Frauenhörerschuss. Nochmal. Wo sind die Männer? Wo sind die Frauen? Ja, geil. So, pass auf. Die Männer merken sich den folgenden Spruch auch für heute Abend. Nackt seh ich noch besser aus. Auch nur die Männer. Nackt seh ich noch besser aus. Alle Frauen flippen aus. Aha, das geht schon. Die Frauen nur zum ausschlippen. Frauen, alle Frauen flippen aus. Ja! Geil. So, pass auf. Können wir das hinten flippen? Ich habe noch zwei T-Shirts, meine Spreise, ich denke. Da, wo es am lautesten ist, gehts hin und wir machen jetzt Nackt seh ich doch besser aus. Nackt seh ich doch besser aus. Alle Frauen flippen aus. Hey! Jetzt ist Pauli, Wunni. Und wenn ihr nicht angezogen und 16 Jahre, dann wartet erst mal, bis es geht ausziehen. Fört die Hände. Wie der Pizza auf dem Platz, wie der Gondelung ohne Schatz, wie der Robben ohne Hut, von Nacht versteht es mir super gut. Wie das Baby kommt zur Welt, wie Corona ohne Geld, wie die Schnecke ohne Haus, benachte ich doch besser aus. Dann seh ich doch besser aus, alle Frauen flippen aus. Jeder will mit mir daraus, denn dann seh ich doch besser aus. Alle Frauen flippen aus, jeder will mit mir daraus, denn dann seh ich doch besser aus. So die Hände! 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 Ja, ja, ja.